Also guten Tag allerseits, mein Name ist Bernhard Hoppe, ich bin der Studiengangsleiter von diesem Fernstudiengang, für den Sie sich hier interessieren, über den Sie sich informieren wollen. Ja, berufsbegleitendes Master-Fernstudium, da sind ja verschiedene Logos drauf, also erst mal das Logo von unserer Hochschule, der HDA, dann gibt es noch die Hochschule Aschaffenburg und da gibt es noch die ZFH. Und bevor ich jetzt über unser Studium rede, will ich erst mal über die verschiedenen Beteiligten hier berichten. Also wir haben mit diesem Studiengang vor 10, 15 Jahren angefangen, den zu entwickeln und wir haben halt festgestellt, dass wir das alleine eigentlich nicht machen können. Es ist halt eine gewisse Problematik, genügend Lehrende zu finden, interessante Labore zur Verfügung zu haben und insbesondere ein großes Problem war, dass wir gar keine Infrastruktur hatten. Wir sind eine Präsenzhochschule, unsere Studierenden, die studieren hier Vollzeit, Weiterbildung, Berufsbegleitend war eigentlich nicht vorgesehen. Und deswegen haben wir uns Partner gesucht. Das war einmal die Hochschule Aschaffenburg und zum anderen die ZFH, die Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen. Zunächst zu unserer Hochschule. Unsere Hochschule gibt es schon ganz, ganz lange. Als Fachhochschule seit über 40 Jahren. Früher waren wir eine staatliche Bauschule. Da konnte man so Architektur und so Sachen studieren oder Bauingenieurwesen studieren, bekam als Abschluss einen graduierten Ingenieurabschluss. Und dann in den 70er Jahren wurden ja die gesamten Ingenieurschulen umgewidmet zu Fachhochschulen, hieß das damals. Heute heißen wir Hochschulen. Das mit dem Fach fanden die Management bei uns etwas diskriminierend. Wir wollten auch eine richtige Hochschule sein. Also das Fach haben wir gestrichen. Auch im Zuge des Bologna-Prozesses, in dem wir jetzt ja auch Bachelor- und Masterstudiengänge anbieten, wie jede Universität halt auch. In unserer Hochschule gibt es über 50, mittlerweile bestimmt schon 60 verschiedene Bachelorstudiengänge. Es gibt auch noch Diplomstudiengänge, die schon sehr, sehr lange laufen, aber das sind ganz wenige. Primär sind wir Bachelor- und Mastermäßig unterwegs. Wir haben ungefähr 15.000 Studierende hier an der Hochschule und sind damit eine der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften, wie das heute heißt, in Deutschland. Unsere Studiengänge umfassen praktisch das ganze Portfolio. Primär sind wir technisch aufgestellt, also Maschinenbau, Kunststofftechnik, Elektrotechnik, Bauingenieurwesen, also generell die Ingenieurwissenschaften sind hier sehr stark, Informationstechnologien, also Informatik kann man hier studieren, Media kann man studieren, Gesellschaftswissenschaften, Wirtschaft, Design, also ein breites, breites Spektrum kann man bei uns studieren. Und wie gesagt, das tun über 15.000 Studierende. Unser Fachbereich, EIT, ist einer der größten Fachbereiche an der HDA. Der Fachbereich für Elektro- und Informationstechnik. Wir haben 46 Professoren, 26 wissenschaftliche Mitarbeiter und bieten drei Bachelor- und vier Masterstudiengänge für insgesamt 2.400 Studierende an. Und einer von diesen Masterstudiengängen ist dieser Fern-Masterstudiengänge, über den wir hier reden wollen. Das ist also unsere Aufstellung. Wir sind hier im Fachbereich sehr stark in der Automatisierungstechnik, in der Energietechnik, in der Elektronik und auch in der technischen Informationstechnik, würde ich das mal so sagen. Wir haben auch Nachrichtentechnik als Schwerpunkt, Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen. Die Hochschule Aschaffenburg, unser anderer Partner, der liegt komplizierterweise in einem anderen Bundesland. Und wie Sie sich vorstellen können, Bildung in Deutschland ist sehr föderal und Aschaffenburg ist in Bayern. Klingt weit weg, ist aber nur ungefähr 40 Kilometer. Gerade über den Main rüber ist man in Aschaffenburg. Und 1994 gab es also Privatisierungserlöse im Freistaat. Die haben ihre Bayernwerke verkauft und haben dafür sieben Fachhochschulen eingerichtet. Und eine von diesen Fachhochschulen ist die Fachhochschule in Aschaffenburg. Die ist in einer ehemaligen Kaserne untergebracht, wie man vielleicht an dieser Architektur mit Exerzierplatz in der Mitte vielleicht sehen kann. Aber die ganzen Gebäude sind praktisch ausgekernt und alles funkelnagelneu auf dem alleraktuellsten Stand. 1995 haben sie angefangen mit ihrem Studienbetrieb und haben heute um die 4000 Studierende, 89 Professoren, 80 Lehrbeauftragte, 200 Mitarbeiter. Ungefähr ein Drittel von der Größe, die unsere Hochschule hier hat. In unserem Fernstudiengang haben wir einige Beiträge von der Hochschule Aschaffenburg, nämlich die Signalverarbeitung, die Verifikation, den Test von elektronischen Schaltungen, die eingebetteten Systeme, die Robotik und die energieeffiziente Antriebstechnik. Das sind die Lehreinheiten, die in Aschaffenburg unterrichtet werden. Das heißt, Sie werden, wenn Sie hier studieren, nicht nur hier sein, sondern bei diesen Veranstaltungen sind Sie in Aschaffenburg. Also gelegentlich sind Sie dann auch mal in Aschaffenburg. Nicht sehr häufig, aber wie gesagt, das sind jetzt vielleicht vier, fünf, sechs Präsenztermine sind auch in Aschaffenburg. Ja, dann kommen wir zur ZFH. ZFH ist auch was ganz Besonderes. Das ist nämlich ein Zusammenschluss in einer staatlichen Einrichtung von drei Bundesländern, auch im Bildungssektor, nämlich Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Das passiert nicht oft und die ZFH hat ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Sowas gibt es praktisch in Deutschland nicht nochmal, dass sich drei Länder in einem Staatsvertrag zusammengeschlossen haben, mit dem Ziel, das Fernstudio an Fachhochschulen zu fördern und zu erleichtern und voranzubringen. Die ZFH hat einen Verbund mit 13 Fachhochschulen in Hessen, in Rheinland-Pfalz und im Saarland und Fachhochschulen aus vier weiteren Bundesländern. Also wir sehen zum Beispiel hier die Bayern-Hochschule Aschaffenburg, aber auch die Alice-Salomon-Hochschule in Berlin beispielsweise, FH Münster-Hochschule München. Das sind alles Assoziationen. Das heißt, wenn eine Fachhochschule aus den drei beteiligten Bundesländern ein Studienprogramm auflegt, dann kann bundesweit zugeordnet werden. Die können dann dem Verbund beitreten. Ja, das ist also, was die ZFH macht. Und für uns tut sie eigentlich Folgendes. Sie macht unsere Öffentlichkeitsarbeit. Vielleicht sind sie zu unserem Studiengang über die ZFH-Webseite gekommen. Vielleicht aber auch nicht. Sie machen Informationen und Beratung zum Fernstudium. Das heißt, wenn sie später studieren und brauchen Beratung über Bildungsurlaubsfreistellung, Stipendien, allgemeine Studienberatung, da steht die ZFH Ihnen auch gerne zur Verfügung. Die wickeln auch das gesamte Bewerbungsverfahren für uns ab im Zuge der Amtshilfe. Das heißt, sie bewerben sich bei der ZFH. Die Daten werden dort geprüft gemäß unserer Zulassungsordnung. Dann werden sie zugelassen. Und dann werden diese Daten, die sie haben, nachdem sie natürlich die Studiengebühren bezahlt haben, werden diese Daten an unsere Hochschule weitergeschickt und werden sie automatisch immatrikuliert. Dann machen sie auch noch die Studierendenverwaltung und die Studienorganisation. Die Hochschulen selber, die machen die Studienmaterialien, die führen die Studiengänge durch und koordinieren die Studiengänge. Das ist diese Arbeitsteilung im ZFH-Verbund. Also es ist ein ganz normales Studium hier von unserer Hochschule. Sie studieren nicht bei der ZFH, Sie studieren an der Hochschule Darmstadt. Hier ist auch das Prüfungswesen nach dem hessischen Hochschulgesetz etabliert. Und es hat also nichts mit irgendwelchen anderen Bundesländern zu tun. Das ist nur hier. Die ZFH unterstützt uns eigentlich nur. Die nimmt uns also Dinge ab, die wir selber gar nicht leisten könnten, ohne dass wir noch vier, fünf Leute einstellen würden. Und das macht ja keinen Sinn. Besser, wenn das eine Organisation dann für viele Fachhochschulen macht. Fernstudium ist vielleicht für die meisten von Ihnen auch was Neues. Hat jemand von Ihnen schon mal fernstudiert? Nein, keine Erfahrung. Ja, das ist so eine Art Blended Learning, wie es auf Neudeutsch heißt. Blended Learning heißt gemischtes Lernen. Das heißt, man hat verschiedene Arten und Weisen, sich das Wissen anzueignen. Einmal macht man das über selbstreguliertes Lernen. Das heißt, Sie bekommen Lehrmaterialien und können die durcharbeiten, wann immer es Ihnen passt. Also in großen Anführungsstrichen. Natürlich in einem bestimmten Rhythmus. Dann haben wir virtuelle Unterrichtsformen. Das heißt, wir haben eine E-Learning-Plattform, bei denen, aus der Sie Filme, Skripte, PowerPoint-Präsentationen, ergänzende Materialien runterladen können. Und für uns ganz wichtig sind die Präsenzphasen. Das ist das, wie das Blended Learning bei uns aufgesetzt ist. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier fernzustudieren. Sie können den kompletten Studiengang studieren. Sie können auch nur einzelne Module belegen. Oder Sie können ein Zertifikatsstudium machen. Das heißt, dass Sie mehrere von uns vorgeschlagene Modulgruppen studieren. Dann erreichen Sie halt keinen akademischen Grad, aber Sie kriegen das halt zertifiziert. Deswegen heißt das Zertifikatsstudium. Das Studienangebot der ZFH ist riesig. Über 70 Angebote in Wirtschaftswissenschaften, Technik- und Naturwissenschaften, hauptsächlich in Sozialwissenschaften. Das ist der Schwerpunkt. Die Studienabschlüsse, die man da in diesem ganzen Verbund erwerben kann, ist eigentlich alles. Bachelor, Master, MBA, Hochschulzertifikat und Teilnahmebescheinigungen kann man da erwerben. Und ich habe einfach mal aufgeschrieben, was man da alles studieren kann. Ja, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Jedenfalls verschiedenste Fächer. Und insbesondere hier unser Fach, Elektrotechnik, MSC, kann man den akademischen Grad erwerben. Oder man macht ein Subset von Angeboten und bekommt ein Zertifikat. So, die Zugangsvoraussetzungen generell zu einem Masterstudium. Hier ist der Hochschulabschluss der erste Hochschulabschluss oder berufliche Qualifikation mit entsprechender Eingangsphase und ein Jahr Berufspraxis nach dem Studium, beziehungsweise bei beruflich Qualifizierten drei Jahre Berufspraxis nach dem letzten weiterführenden Abschluss, also Technikerprüfung, Meisterprüfung. Die Gebühren hängen in der ZFH abhängig vom Studiumprogramm ab. Bei uns sind die Gebühren relativ hoch, weil wir halt ein sehr aufwendiges Studium haben mit Laboren, Software, die eingesetzt wird, mit vielen Präsenzphasen, aber so zwischen 6.500 und 15.200 sind die Gesamtkosten für so ein Studium. Wir liegen da im oberen Drittel, muss ich leider gestehen, aber wir können diese Studiengebühren nicht selber festlegen. Die werden staatlich festgelegt von dem Verwaltungsrat der ZFH, in dem praktisch die drei Staatsministerien für Wissenschaft der drei beteiligten Bundesländer vertreten sind. Die legen also fest, was wir nehmen dürfen. Und zwar legen die das genau so fest, dass wir unsere Kosten tragen können. Denn nach Gesetzeslage ist es halt so, dass Weiterbildung kostendeckend angeboten werden muss. Es darf nicht steuerfinanziert sein. Das ist gesetzlich geregelt. Gut, ja, was ist ein Fernstudium? Das ist berufsbegleitend. Das heißt, man kann studieren, ohne dass man jetzt die Arbeit unterbricht. Es ist sehr flexibel und ist in der Regel praxisnah, weil Sie ja das, was Sie lernen, eigentlich täglich in Ihrer Arbeit wieder reflektieren können. Das ist der große Vorteil. Es hat auch gewisse Karrierevorteile. Es gibt so Umfragen bei Personalchefs, warum das so gut ist, wenn Leute fernstudieren. Früher galt das mal so als Leitakademiker. Aber es ist ja so, dass man beim Studium nicht nur fachliche Inhalte lernt, sondern auch sehr viel praktisch über sich selbst. Und die Personalchefs sind der Meinung, dass 90 Prozent von Ihnen sind der Meinung, dass diese Selbstdisziplin und die Leistungsbereitschaft bei einem Fernstudium sehr, sehr wertvolle Eigenschaften im Berufsleben sind. Sie können sich selber planen, Sie haben Durchhaltevermögen, Sie haben Biss und sind belastbar. Das wird auch als sehr vorteilhaft angesehen. Und mehr als 75 Prozent schätzen die bereits erworbene Berufserfahrung von Fernstudierenden. Die studieren auf eine ganz andere Art und Weise wie unsere Erststudierenden, die in der Regel noch ein bisschen desorientiert sind. Sie haben ja schon Berufserfahrung, Sie haben schon mal studiert. Sie wissen eigentlich ziemlich genau, wie man studiert und auf was sie sich einlassen. Und das ist natürlich das, was natürlich hier im Studium halt auch sehr stark Ihnen zum Vorteil gereicht. Also Sie haben eine hohe Eigenmotivation, Sie sind zielstrebig, selbstständig, können sich organisieren, flexibel und sind offen für neue Herausforderungen. Das war jetzt praktisch der Teil, bei dem ich versucht habe, Ihnen die Player in unserem Fernstudienangebot zu erläutern und auch mal grundsätzlich was über das Thema Fernstudium zu sagen. Sie haben ja alle nicht fernstudiert, wie Sie mir hier signalisiert haben. Und es ist halt ein eigenes Studienformat. Typischerweise macht man halt Präsenzstudiengänge, aber zunehmend gibt es auch immer mehr Fernstudiengänge. Also in Deutschland studieren ungefähr 2,5 Millionen Studierende und von den 2,5 Millionen Studierenden ungefähr 100.000 in Fernstudiengängen. Und das sind meistens Angebote von privaten Bildungsanbietern. An staatlichen Hochschulen gibt es relativ wenig Fernstudien, relativ wenig Weiterbildung. Aber das ist sich am Ändern und wir haben damit schon sehr, sehr früh angefangen, viel früher als andere. Und aus diesen Erfahrungen, die wir da in unserem Programm gewonnen haben, sind auch schon andere Studiengänge entstanden. Es gibt zum Beispiel den Fernstudiengang Bachelor Elektrotechnik an der Hochschule Aschaffenburg, an dem wir auch beteiligt sind. Das nur so als Beispiel. Ja, Sie interessieren sich aber bestimmt nicht nur für die philosophisch-theoretischen Hintergründe des Fernstudiums, sondern konkret für unseren Studiengang. Und darauf möchte ich jetzt mal eingehen. Wir haben hier also, wie gesagt, dieses berufsbegleitende Master Fernstudium Elektrotechnik seit 2007. Nächstes Jahr haben wir unsere 10-Jahres-Feier. Da planen wir ein großes Event. Und werden da so einen Workshop mit Experten über Lernen, Lehre und so weiter organisieren. Also 10 Jahre sind wir im Geschäft. Also ich bin hier der Studiengangsleiter. Mein Name ist Bernhard Hoppe. Die Frau Wille-Malcher, unsere Koordinatorin, kann leider nicht hier sein, weil sie gerade einen Präsenztag hat. Ja, die ist also mit den Studenten zugange. Die Frau Kinninger-Hecht hatte ich schon vorgestellt und kurz ebenfalls. Wir haben auch eine eigene E-Mail-Adresse. fernmaster.fbeit at h-da.de Der Studiengang ist reakkreditiert über die CEFA. Das ist die Zentralstelle für, ja was heißt VA, Akkreditierung und, ich glaube, Evaluation. EFA, Evaluation, glaube ich. Das ist eine staatliche Stelle in Niedersachsen. Die ist auch eine Akkreditierungsagentur und die prüft die Studiengänge, die angeboten werden. Das ist vorgeschrieben, dass jeder Studiengang, bevor er eingerichtet werden kann, von einer unabhängigen Gutachterkommission geprüft wird. Und da kann man sich eine Agentur aussuchen, die einen da entsprechend durch das Verfahren führt. Und wir haben diese CEFA genommen. Es gibt auch ASEIN und AQUAS und verschiedene andere. Aber die nutzen alle praktisch das gleiche Regelwerk, nämlich die Kultusministerkonferenzvorgaben für die Studiengänge, die hier in Deutschland zulässig sind. Ja, was haben wir für einen Studiengang? Wir haben einen Studiengang, der entspricht einem viersemestrigen Master in Vollzeit. Heute wird nicht mehr in Semestern so viel gemessen oder in Semesterwochenstunden, sondern in Kreditpunkten. ECTS-Kreditpunkte heißen die European Credit Transfer System. ECTS-Kreditpunkte. Und diese Kreditpunkte sind dafür da, dass man praktisch nicht nur in Deutschland studieren kann, sondern seine Studienergebnisse mit nach Spanien nehmen kann und dann nach England gehen kann, vielleicht demnächst nicht mehr, dann nach Dänemark, was weiß ich. Es soll praktisch klar machen, welcher Lernaufwand dahinter steht. Weil jedes Land in Europa hat das irgendwie anders organisiert und diese ECTS-Punkte sollen das standardisieren. Und ein viersemestriger Vollzeit-Master hat 120 ECTS-Punkte. Das heißt, pro Semester 30 ECTS-Punkte. Bei uns ist es so, dass Sie ja berufsbegleitend studieren wollen. Berufsbegleitend studieren heißt, dass Sie nicht Vollzeit studieren können, denn Sie haben ja einen Beruf. Und das bedeutet, dass wir nur 20 ECTS-Punkte pro Semester vergeben dürfen. Deswegen dauert unser Studium sechs Semester, also drei Jahre, weil es ja berufsbegleitend ist. Sie können bei uns zum Winter- und zum Sommersemester anfangen und durch regelmäßige Präsenzanteile. Alle vier Wochen sind Sie quasi hier während des Semesters, am Freitag und am Samstag, haben Sie eine sehr, sehr gute Anbindung an die Professoren, die in der Regel alle von den Hochschulen kommen, alle auch die Lehrmaterialien selber erstellt haben. Da wird nichts gefranchised und haben auch eine gute Anbindung an Ihre Mitstudierenden. Sie können praktisch sich austauschen und Lerngruppen bilden. Und diese Vernetzung ist halt sehr, sehr wichtig für den Studienerfolg. Und wie gesagt, alle vier, fünf Wochen sind Sie halt hier zwei Tage, Freitags und Samstags. Und gehen das nochmal durch, weil Sie sich vorher selber mit den Lehrbriefen, den Lehrunterlagen, elektronischen Lehrunterlagen selber beigebracht haben. Wir haben thematisch gesehen erstmal Technik im Fokus, Elektrotechnik insbesondere, und dazu aber auch sogenannte Soft Skills und Wirtschafts-Know-how. Soft Skills bei uns beispielsweise ist Kommunikation im betrieblichen Umfeld, Präsentationstechnik. Wirtschafts-Know-how ist BWL oder auch Recht, Arbeitsrecht, Haftungsrecht und solche Dinge. Und die technischen Vertiefungen finden in der Automatisierungstechnik statt, in der Energietechnik und der Mikroelektronik. Da sind wir so ein Roboter, da sind wir ein Hochspannungsschaltteil. Und da unten sind wir so einen geöffneten Chip in einem Keramikgehäuse. Das sind die drei Themen, um das mal so ein bisschen bildlich klarer zu machen. Dann haben wir einen Studienverlaufsplan, mal rein schematisch. Es gibt blaue, große Felder A1, A2, A3, B3, C1, C2, C3 und D. Das sind Module, die von allen belegt werden müssen. Und die haben immer den Umfang von 10 CP. Sie sehen, pro Semester gibt es zwei blaue Kacheln. Im letzten Semester gibt es nur eine langgezogene Kachel, das ist die Master-Thesis. Die dauert neun Monate bei uns. Die Master-Thesis in einem Präsenz-Master dauert sechs Monate und mit unserem Streckungsfaktor kommen wir auf neun Monate. Ja, das sind diese allgemeinen Module. Und hier sehen Sie die drei orange unterlegten blauen Kacheln. Das sind die Vertiefungsrichtungen. Da können Sie sich aussuchen, ob Sie Automatisierung, Energietechnik, Mikroelektronik vertiefen wollen. Und B3, das ist das Wahlpflichtmodul. Da können Sie praktisch Wahlpflichtfächer, ich glaube 16 oder 18 Wahlpflichtfächer, da müssen Sie vier Stück von wählen. Und die können zu Ihrer Vertiefung passen oder auch nicht. Das können Sie frei machen. Und A1 ist unser erstes Soft-Skill-Modul. Kommunikation, Präsentationstechnik. Damit fangen wir an. Leichter Einstieg. Damit es nicht zu einfach wird, haben wir noch A2. A2, das ist objektorientierte Programmierung mit Java. Da gibt es Leute, denen macht es überhaupt nichts aus. Die haben das schon im Bachelor gemacht. Aber da wir natürlich unterschiedlichste Studierende haben von unterschiedlichsten Hochschulen, unterschiedlichsten Ausrichtungen, ist das schon für manche eine gewisse Schwierigkeit. Und da merkt man schon, es gibt nichts umsonst, da muss man ein bisschen was tun. Ich werde dann noch auf die Inhalte genauer eingehen. Ich mache jetzt mal den Überblick auf A3. Da machen wir so eine Art vertiefte Vorbereitung. Da machen wir Simulation, Signalwandlung, Signalverarbeitung und Systemtechnik. Und dann kommt die Vertiefungsrichtung. In diese drei Vertiefungsrichtungen können Sie sich einsortieren. Dann kommt das Wahlpflichtmodul B3. Dann kommt C1, das ist eingebettete Systeme und Software Engineering. Dann kommt C2, das ist Projektmanagement und ein Teamprojekt. Da machen Sie mit Kommilitonen zusammen ein Projekt, irgendein Thema, was gestellt wird oder was Sie sich auch selber überlegen können, zum Beispiel Gartenbewässerung automatisch mit Arduino, war ein Vorschlag, oder eine Temperaturregelung für ein großes Gebäude oder eine regenerative Energieversorgung für einen Campingplatz, also solche Projekte. Oder einer hat ein Magnetventil entwickelt, also verschiedenste Sachen werden da immer angeboten. Einmal von der Hochschule, aber es gibt auch wirklich eigenständige Themen, mit denen Sie entwickeln können. Ein Thema war, ich glaube, die Bestimmung des Alters von abgelagerten Baumstämmen. Das kam von jemand, der in so einer holzverarbeitenden Industrie gearbeitet hat. Aber Sie können da selber natürlich auch was vorschlagen. Und dann gibt es einen Betreuer, der guckt sich das an, ist das irgendwie akademisch auch interessant. Und dann können Sie da loslegen. Es geht halt darum, dass man so ein bisschen die Masterarbeit vorbereitet, weil im Bachelorprogramm ist ja die Bachelorarbeit eine sehr kurze Arbeit. Also keine längere Arbeit, dauert so zehn Wochen, zwölf Wochen, je nachdem, wo man halt studiert hat. Und das ist natürlich relativ kurz, das ist mehr so eine Art Entwicklungsbericht, während so eine Master-Thesis halt schon ein bisschen anspruchsvoller ist. Und deswegen haben wir da dieses Teamprojekt vorgeschaltet. Wird auch mit der Dokumentation, also einer schriftlichen Darlegung und einem Kolloquium, also einem Vortrag abgeschlossen. Ja, kommen wir ein bisschen tiefer in die Inhalte. Also wie gesagt, die ersten drei Module, die mit A bezeichnet sind, da geht es um soziale und fachlich übergreifende Kompetenzen. Dann kommen die Vertiefungsrichtungen BA1, BA2, Automatisierung, BM1, BM2, Mikroelektronik, BE1, BE2, Energietechnik. B3 sind die Wahlpflichtfächer und C1, C2, C3 ist Informationstechnik, also Software, Engineering und Embedded, das Projektmanagement, das Teamprojekt, BWL und Recht. Und dann kommen die Master-Thesis. Also das erste Semester fängt an mit der Kommunikation, Kommunikation im betrieblichen Umfeld 1 und 2, Präsentationstechnik und Mitarbeiterführung, Mitarbeitergespräche. Das ist so das erste Modul, ist relativ sanfter Einstieg ins Studium. Das ist ja jetzt nichts hart Technisches, sondern mehr so menschliche Aspekte. Dann aber im A2, wie gesagt, habe ich schon gesagt, gibt es Systementwurf und Objekte. Da haben wir die objektorientierte Programmierung in drei Einheiten, OOP1, OOP2, OOP3 und mit A21 Systembeschreibung und Entwurf mit Hardwarebeschreibungssprachen, also VADL, Verilog sind da die Stichworte. Im zweiten Semester machen wir dieses fachlich übergreifende Modul A3, also Signalumwandlung, Signalverarbeitung, Systemtheorie und Simulation. Unser Ziel ist dabei auch MATLAB aufzufrischen. Sie bekommen eine MATLAB-Lizenz von uns, die Sie benutzen können während Ihres Studiums noch weiterhin, aber ohne Updates, wenn Sie hier fertig sind. Dann können Sie Ihre Vertiefungsrichtung auswählen, entweder Automatisierung, Energietechnik. Im zweiten Semester, in der zweiten Hälfte, geht es mit der Vertiefung los. In Automatisierung machen wir zunächst Regelungstechnik, in der Mikroelektronik zunächst Entwurfsmethodik und in der Energietechnik die Energieerzeugung und Verteilung mit diesen Unterprogrammpunkten. Also jedes Modul bei uns hat zehn Creditpunkte und diese zehn Creditpunkte verteilen sich auf vier Lehreinheiten und zu diesen Lehreinheiten gibt es immer einen Lehrbrief, so ein Buch von 100 Seiten. Und zu jedem Lehrbrief gibt es einen Präsenztag. So ist es also aufgebaut. Das heißt, alles schön regelmäßig, immer 10er Module, vier Lehrbriefe, vier Präsenztage pro Modul. Und im dritten Semester wird praktische Vertiefungsrichtung abgeschlossen. Also im Automatisierungsbereich kriegen wir Automatisierungstechnik vertieft. Dann in der Mikroelektronik die Technologie der Halbleiterschaltungen und Energietechnik, Energieübertragung, Energiemanagement, also Smart Grids und solche Sachen. Danach kommt, wie gesagt, das Wahlpflichtmodul und hier sind so die Themen aufgelistet. Prozessautomatisierung, softwarebasierte Messdatenverarbeitung, RFID, Windenergie, also unterschiedlichste Fächer, auch einen Lehrbrief dazu. Und davon müssen Sie vier auswählen. Also wenn Sie Fragen haben, fragen Sie mich gleich, ist kein Problem. Im vierten Semester machen wir die Schlüsselgebiete und technische Realisierung, also Softwareengineering und eingebettete Systeme. Und dann kommt die Projektarbeit mit dem Projektmanagement-Vorspann und dem Teamprojekt. Und dann wird es wieder etwas leichter. Da kommt Betriebswirtschaftslehre und Arbeitsrecht, Unternehmensführung. Und das ist theoretisch zumindest einfach. Und dann kommt in der zweiten Hälfte des fünften Semesters, fangen wir mit der Master-Thesis an. Und das erstreckt sich auch ins sechste Semester rein. Und dann wird ein Kolloquium gemacht und die Master-Thesis niedergeschrieben und abgegeben. Und dann sind Sie fertig. Ja, kommen wir nochmal zur Lehr- und Lernmethodik. Blended Learning, habe ich vorhin schon gesagt, ist halt nicht so wie im Präsenzstudium. Ich gehe in die Vorlesung und höre mir das alles an und schreibe vielleicht ein bisschen was mit und arbeite es nochmal durch. Und morgen gehe ich wieder hin und übermorgen gehe ich wieder hin. Und da habe ich irgendwie schon so einen Rhythmus, wann ich da erscheinen muss. Und ich brauche mich eigentlich um nichts zu kümmern. Hier müssen Sie sich selber motivieren, sich abends hinsetzen, sich am Wochenende hinsetzen und müssen praktisch zu jedem Modulteil diesen Lehrbrief von 100 Seiten, es gibt immer vier Modulteile pro Modul, durcharbeiten. Sie können das dann auf der Lernplattform ergänzen. Da gibt es auch ein Forum, was eingerichtet ist. Da können Sie chatten mit Ihren Kollegen, Fragen stellen an die anderen, die im Forum drin sind. Sie können sich mit Ihren Kommilitonen treffen, wenn Sie eine Lerngruppe haben. Und dann, als nächstes, gibt es dann immer den Präsenztag, der diese Selbstarbeitsphase abschließt. Also im Idealfall arbeiten Sie alles durch und dann werden in dem Präsenztag nur Fragen beantwortet, Übungen gemacht, Klausurvorbereitungen gemacht, vielleicht Laborversuche gemacht. Nennt man Flipped Classroom. Die Klasse ist rumgedreht. Also man weiß schon alles und vertieft es nur noch mal. Theoretisch. Praktisch ist es natürlich so, dass in den Präsenztagen auch noch mal der Stoff mit einer Folienpräsentation, in einer Art Seminar noch mal durchgegangen wird. Das ist bei den meisten so. Es gibt aber auch Kollegen, die sind ganz stark auf dieses Flipped Classroom da fixiert. Zum Beispiel diese Java-Programmierung. Da wird es einfach erwartet, dass Sie das schon können und dann wird programmiert. Macht ja auch Sinn. Wenn wir Ihnen da erst Java beibringen, der Präsenz, können Sie in Ihrem Fach nicht mehr viel programmieren. Also das ist so ein bisschen auch fachabhängig vielleicht. Ja, das nennt sich also Blended Learning. Man hat Präsenzveranstaltungen, Selbstlernphasen und gemeinsames Lernen über Internet, über Skype, über Meetings, die man vielleicht macht. Und wir haben auch ganz viele Lerntipps. Wir hatten ja unsere Studierenden schon häufig hier auch befragt. Wie macht ihr das? Was hat sich bewährt? Also lernen, den Alltag integrieren, jeden Tag möglichst was tun. Ja, einen Lernplan machen, mit Kommilitonen über Lernstrategie und Verständnisprobleme austauschen, Lerngruppen bilden, vor der Klausur vielleicht gemeinsam sich unterstützen und nach den Klausuren natürlich Urlaub machen, Kräfte sammeln, relaxen. Vielleicht ein kleines Wellnesswochenende, also ich weiß nicht, irgendwie auch wieder runterkommen, dass man wieder mit neuer Energie ins nächste Semester starten kann. Häufig ist es halt auch wichtig, wenn ein Kollege oder eine Kollegin so einen Lehrbrief schreibt, der hat halt seine eigene Art, irgendwas zu erklären. Und wenn er es nicht versteht, ist es vielleicht ganz gut, mal in Wikipedia zu gucken, vielleicht mal in die Bibliothek zu gehen. Sie haben ja dann bei uns auch Zugriff von zu Hause aus auf praktisch alle E-Books, die wir hier in der Bibliothek haben. Das sind zig Tausende, das ganze Springer-Portfolio haben wir und viele, viele andere Bücher. Das heißt, es macht durchaus Sinn, vielleicht mal irgendwelche Sachen, die man nicht versteht, woanders nachzulesen. Dann soll man sich vielleicht auch vor den Klausuren vielleicht ein paar Tage freinehmen, dass man sich richtig effizient darauf vorbereiten kann. Und natürlich an den Präsenzen teilnehmen. Wir machen Erwachsenenbildung, wir verpflichten sie nicht, bei uns zu kommen. Wir gucken auch nicht nach, ob sie kommen. Aber es ist sehr wichtig. Und unserer Erfahrung nach kommen so 80 bis 90 Prozent der Studierenden. Es sei denn, sie sind halt wirklich verhindert, dann kommen sie halt nicht. Wir haben sogar Studierende, die kamen aus USA angejettet. Die wurden also während ihres Studiums nach USA versetzt, wollten aber fertig werden, klar. Da sind sie halt alle vier Wochen mal nach Deutschland geflogen. Damals hat die Lufthansa auch nicht so oft gestreikt bei den meinen Studierenden. Da konnten die das natürlich gut machen. Und war natürlich auch eine Möglichkeit, mal nach Hause zu kommen. Wenn du da in Detroit bist, ist es halt auch nicht so schwierig, hierher zu kommen. Wenn man natürlich irgendwo, ich weiß nicht wo, in Malaysia, in Penang irgendwo gelandet ist, geht das natürlich alles dann nicht mehr. Aber wenn es halt möglich ist, und das hatten wir wirklich gehabt, und es ist schon wichtig, dass man einfach da ist. Wenn man halt vor Ort ist, hat man die Zeit reserviert. Man ist voll fokussiert aufs Lernen und aufs Zuhören. Man hat auch keine Ablenkung und auch keine Ausreden. Deswegen die Präsenzen, das ist schon unheimlich wichtig. Ja, hier ist nochmal jetzt dargelegt, wie wir das so machen. Wir haben das Semester hier als blauen Streifen. Und am Anfang des Semesters haben wir unseren Prüfungsblock vom Stoff des vorherigen Semesters. Das heißt, wir sind semesterweise organisiert. Das ist an der Hochschule gar nicht anders möglich. Wir haben Wintersemester und Sommersemester. Sie können im Wintersemester oder im Sommersemester anfangen. Und dann, wenn Sie jetzt im Sommersemester anfangen, schreiben Sie praktisch kurz vor Beginn des Wintersemesters Ihre Prüfungen. Und dann geht das los. Alle vier Wochen die Präsenz, immer zwei Tage. 20 CP, 10 CP sind vier Leereinheiten, 20 CP sind acht Leereinheiten. Das macht vier Präsenzwochenenden. Und dann kamen Sie wieder frei oder keine Fernlehre jetzt in dem Sinne, können alles nochmal nacharbeiten. Und dann würden Sie praktisch nach der nächsten vorlesungsfreien Zeit, zum Beispiel wäre das im Sommer der September oder im Winter wäre das Ende April, können Sie dann die Prüfung schreiben. So ist das. Bitte? März? Okay. Ja, April geht Semester wieder los. Ende März ist es. Entschuldigung. Ja, gut. Und jetzt haben wir diese Lehrbriefe. Was kann man sich vorstellen, wie lange dauert das, so einen Lehrbrief durchzuarbeiten? Dass man so einen Daumenwert kriegt, wie viel Aufwand das bedeutet. Also rein rechnerisch, ein CP sind 30 Stunden Arbeit. 2,5 CP sind 75 Stunden Arbeit. Das wäre jetzt ein Lehrbrief, eine Leereinheit, eine von vier Leereinheiten eines Moduls. Können wir die Präsenz abziehen? Sind wir bei 68 Stunden ungefähr? Dann haben Sie Kontakt untereinander mit den Lehrern, können wir drei Stunden abziehen. Klausur ziehen wir auch noch ab. Also ungefähr 60 Stunden müssen Sie rechnen für so einen Lehrbrief. Das heißt, für vier Lehrbriefe macht das dann 240 Stunden, 480 Stunden im Semester. Muss man aufbringen. Theoretisch. Praktisch, in der Regel ist es viel weniger. Wir haben das versucht rauszufinden durch Befragungen. Also die ist natürlich schwierig. Man müsste ja wirklich dann immer die Stoppuhr laufen lassen, wenn man was lernt. Man macht das aber vielleicht auch im Zug, wo das vielleicht nicht so geht oder bei anderen Gelegenheiten. Aber so gefühlt sind es so 200 bis 300 Stunden. Je nach Fach. Es gibt Fächer, da ist es je nachdem, was man an Vorbildung hat, geht es super schnell. Aber wenn man halt nie programmiert hat und soll jetzt Java programmieren lernen, geht es super langsam. Dann ist es vielleicht mehr als 30 Stunden pro CP. Das hängt vom Fach ab. Aber ich glaube, wir haben das ganz wohl dosiert. Sonst hätten wir ja viel größere Abbrecherquoten. Es ist also machbar. Unsere Studierenden schaffen das. Und ist also auch studierbar, die ganze Sache. Jetzt kann man verschiedene Dinge tun hier bei uns. Man kann das Vollstudium machen, die 120 CP. Man kann auch sagen, okay, ich fange jetzt erstmal langsam an, mache ein Zertifikat, suche mir mal ein paar Module raus, mache die. Die würden Ihnen dann später angerechnet werden. Oder Sie kriegen ein Zertifikat. Es gibt viele, die bilden, sie machen nur ein Punktstudium. Wir hatten da in der Anfangsphase von der Energiewende sehr viele Studierende, die Energietechnik, diese Energietechnikanteile gemacht haben. Und sonst nichts. Aber ich glaube, es ist vielleicht ganz sinnvoll, das ganze Studium zu machen. Da hat man einen akademischen Grad dazu bekommen. Das ist ja auch tarifrechtlich sicherlich relevant. Man wird dann höher eingestuft. Zumindest im öffentlichen Dienst. Und das machen auch die meisten. Dann kommen wir zu den Zugangsvoraussetzungen. Also ein einschlägiges Hochschulstudium, Bachelor, FH-Diplom in E-Technik, Informatik, Mechatronik plus ein Jahr Berufserfahrung. Die Zulassung ist ein Auswahlverfahren der Hochschule in dem Sinne, dass wir verhindern wollen, dass sich total Fachfremde hier bewerben. Also wir hatten schon Ärzte, wir hatten schon alle verschiedenste Leute, die auf einmal Elektrotechnik machen wollten. Das können wir eigentlich nicht verhindern, weil nur der Bachelor oder das Diplom die Zugangsvoraussetzung ist und wir einen offenen, nicht zugangsbeschränkten Studiengang haben. Aber in solchen Fällen reden wir mit den Leuten und versuchen sie unter Umständen auch davon abzubringen, bei uns zu studieren. Denn das ist sehr, sehr schwierig, wenn ich Mediziner bin und der Meinung bin, Elektrotechnik, das ist ja nicht weiter schwierig. Ich habe schon mal ein EKG aufgenommen, das ist ja auch Elektrotechnik. Da schaffe ich auch das ganze Studium. Das ist aber ein Trugschluss. Da haben wir auch häufig gesagt, machen Sie es lieber nicht. Oder wir sagen, okay, Sie sind ziemlich fachfremd, vielleicht studieren Sie mit halber Kraft, machen nicht zwei Module pro Semester, sondern nur eins. Und dann sehen wir mal, wie das läuft. Gut, kommen wir zu den Prüfungen. Das ist ja auch sehr wichtig für Studierende. Die Prüfung entscheidet ja, ob man irgendwann mal besteht oder nicht besteht. Es gibt die Prüfungsordnung der Hochschule Darmstadt, die ABPO, die allgemeinen Bestimmungen der Prüfungsordnung, die gilt für Sie. Und es gibt eine BBPO, eine besondere Bestimmung der Prüfungsordnung, die regelt halt die Modalitäten hier in diesem Studiengang. Aber im Wesentlichen ist das eigentlich nur diese Fernstudienkomponente, die dort geregelt wird. Es finden Modulprüfungen statt. Das heißt, Sie schreiben pro Semester, machen Sie ja zwei Module, also zwei Prüfungen, drei Stunden, drei Zeitstunden, in denen die Modulteile gemeinsam abgeprüft werden. Ist das klar? Sie schreiben nicht für die vier Lehreinheiten vier Klausuren, dann für das andere Modul nochmal vier Klausuren. Nein, Sie schreiben nur zwei Klausuren, aber die Module hängen ja irgendwo fachlich zusammen. Es gibt also eine gemeinsame Klausur, also zwei Modulprüfungen. Wenn man in der einen Lehreinheit ein bisschen schwächer ist, kann man das durch andere, bessere Leistungen ausgleichen. Bei uns besteht jeder, der 40 Prozent der Punktzahl erreicht. Auch ein gewisser Vorteil. Zu meiner Zeit waren es noch 50 Prozent, jetzt sind es noch 40 Prozent. Und Sie können auch Prüfungen wiederholen. Einmal, zweimal, dreimal. Und dann kommt die mündliche Ergänzungsprüfung. Also die mündliche Ergänzungsprüfung hatten wir jetzt zweimal. Einmal. Ja, richtig, da war aber noch einer irgendwo. Da kommt noch einer. Also eine haben wir schon durchgeführt. Ja, das ist ganz selten. Der hat es auch bestanden. Jetzt haben wir noch einen in der Pipeline. Aber den wollen wir erst nochmal vorschulen. Dem haben wir einen Mentor vermittelt, dass er seine Defizite unter Anleitung, wir wollen ja nicht jemanden da rausprüfen. Also wenn der so viel Geld ausgegeben hat, so viel Zeit investiert hat, dann tun wir alles, dass er nicht irgendwie jetzt das leider nicht mehr fertig machen kann. Aber er muss natürlich die Prüfung bestehen. Wir sind ja eine staatliche Hochschule und wir müssen jeden gleich behandeln. Und von der Seite aus hat er halt auch nochmal die Pflicht, diese mündliche Ergänzungsprüfung zu machen. Die beste Noten, die man kriegen kann, ist da eine Vier. Also es ist dann nicht mehr besser möglich als Vier. Aber das ist wirklich ganz exotisch. Ich habe ja gesagt, 496 Teilnehmer. Anderthalb von diesen Prüfungen passiert also sehr selten. Dass einer das mal wiederholt. Das passiert schon öfter. Aber am zweiten Mal klappt es dann meistens. Manche brauchen auch dreimal. Und wirklich Ausnahmefälle müssen ins mündliche. Aber das ist sehr selten. Sie können jede Modulprüfung in dem Studium jedes Semester ablegen. Das heißt, Sie müssen nicht irgendwie, wenn Sie einmal durchgefallen sind, nochmal ein ganzes Jahr warten. Sondern Sie können das wirklich im nächsten Semester machen. Alle Prüfungen finden am Anfang des Folgesemesters statt. Es gibt pro Modul eine Note. Das Mängel in einer Teildisziplin können Sie durch eine andere Teildisziplin ausgleichen. Die Wiederholungsprüfung habe ich schon erzählt. Es kann Theoriewissen geprüft werden. Manche Kollegen machen das im Labor. Andere Kollegen lassen sich was programmieren. Kann also durchaus eine praktische Prüfung dabei sein. Wenn besondere Belastungen im Beruf oder im Privaten da sind, kann man sich beurlauben lassen. Dann zahlen Sie keine Studengebühren, aber die studentischen Beiträge. Das heißt, Sie müssen ja ematrikuliert bleiben. Und das sind so um die 200 Euro. Oder 150? 150? Immer noch 150. 140, okay. Sie sind noch nicht gestiegen. Ich hatte jetzt schon so ein bisschen was. Okay, also 150 Euro. Das sind die studentischen Beiträge für das Studentenwerk. Für auch was. Genau. Sie kriegen kein Hessen-Ticket. Normalerweise und zur Präsenzstudierenden kriegen so ein Job-Ticket. Können dann mit in ganz Hessen rumfahren. Nicht ganz Hessen. Aber das geht. Sie müssen dann viel mehr bezahlen. Aber Sie müssen 150 Euro bezahlen, wenn Sie sich beurlauben lassen. Und die 150 Euro, die kommen ja auch dazu, wenn Sie die Studiengebühren bezahlen. Also müssen Sie ungefähr 2200 plus 150 oder 2350 Euro kosten. Dann müssen Sie das pro Semester. Aber nur sechs Semester lang. Danach gibt es eine reduzierte studentische Gebühr. Dann müssen Sie nur noch 500 Euro bezahlen. Ja, also wenn Sie sechs Semester bezahlt haben, aber noch weiter studieren und Leistungen ablegen wollen, müssen Sie noch 500 Euro bezahlen. Das ist das zu den Gebühren. Das habe ich ja gerade gesagt. Sechs Semester müssen Sie volle Gebühren bezahlen. Dann gibt es die reduzierten Gebühren. Und keine mehr, wenn jemand in der Zeit fertig ist. Ja, und keine mehr, wenn Sie fertig werden. Ja, das ist klar. Wenn Sie also nur jetzt meinetwegen diese vierwöchige Verlängerung beantragen und gerade irgendwie noch in das nächste Semester reinkommen, müssen Sie keine 500 Euro und auch keine 2200 Euro bezahlen. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel Ihre Masterarbeit nicht fertig gemacht haben und brauchen ein neues Thema, ja, dann müssen Sie nicht noch mal 2200 bezahlen, sondern 500. Diese 500 sind dann für die Betreuung der Master-Thesis, wenn Sie dann einen zweiten Versuch brauchen. Ja, das ist so der typische Fall. Gut. Ja, warum müssen wir überhaupt Studiengebühren nehmen? Ja, es ist gesetzlich so geregelt, dass Weiterbildung an öffentlichen Hochschulen kostendeckend angeboten werden muss. Steht im Hessischen Hochschulgesetz. Wir haben die gleichen Studiengebühren seit 2007. Also wir haben keine große Veränderung. Wir haben glücklicherweise genügend Studierende, dass das Geld reicht, um Frau Kinninger zu bezahlen, die Frau Willemalja zu bezahlen und alles andere, was bezahlt werden muss, muss eine Vollkostenrechnung gemacht werden. Das ist vom Rechnungshof vorgeschrieben. Und die Studiengebühren und so weiter und alle Ausgaben, die irgendwie mit dem Studium zu tun haben, also Fahrtkosten, Hotel, Literatur und so weiter, können Sie steuerlich als Werbungskosten geltend machen. Denn Sie tun das ja für Ihre Qualifikation. Das ist eine Weiterbildung. Das ist also eine berufsbezogene Ausgabe. Und wenn man jung ist, alleinstehend ist, zahlt man sehr viele Steuern und man kriegt natürlich dann auch dementsprechend einen relativ großen Anteil von den Studiengebühren wieder zurück, wenn man eine Steuererklärung macht. Da kann ich jedem nur dazu raten. Ich kenne aber auch wirklich Leute, die gut verdienen, machen das nicht. Das ist blöd. Also Steuererklärung kann man machen, dann können Sie alle Kosten, können Sie praktisch dort geltend machen. Und das sind so 30, 35 Prozent, die man dann praktisch wieder zurückbekommt. Ja, dann kann man auch Stipendien kriegen. Man denkt jetzt, es gibt nur Stipendien für Spezialfälle. Konrad-Adenauer-Stiftung für CDU-Anhänger oder Cusanusberg für Katholiken. Aber es gibt in Deutschland, ich weiß nicht, Hunderte von Stipendiengebern. Und da gibt es eine Webseite, die heißt stipendienlotse.de. www.stipendienlotse.de Und das sind praktisch so ein Portal. Da können Sie eingeben, was Sie brauchen, was Sie studieren wollen. Und dann sehen Sie, welche Stipendiengeber es gibt. Und die Erfolgsquote ist, glaube ich, über 50 Prozent. Das ist also untersucht worden von der ZFH. Also über 50 Prozent der Leute kriegen da ein Stipendium. Vielleicht auch nur ein Teilstipendium. Vielleicht 300 Euro pro Semester. Aber das ist ja auch Geld. Also da würde ich auf jeden Fall mal reingucken. Und Steuererklärung machen. Das ist natürlich auch klar. Ja, dann Kontakt und Fristen. Hochschule Darmstadt, klar. Da müssen Sie sich halt bewerben. Der reguläre Bewerbungsschluss ist am 15. Januar. Jetzt für das Sommersemester und der 15. Juli für das Wintersemester. Je nachdem, wann Sie anfangen wollen. Für die beruflich Qualifizierten ist es der 15. Dezember. Ja, Kontakt hier an der Hochschule. Ja, können Sie Frau Wille-Malcher, mich, Frau Kinninger-Hecht, Herrn Kurz anmailen über die fanmaster.fbit-Adresse. Ja, wenn Sie Fragen haben. Sie können uns auch anrufen. Vorhin hat einer angerufen, der hat es nicht geschafft, hierher zu kommen. Wenn Sie Fragen haben, werden Sie auch gerne am Telefon beraten. Natürlich ist es vielleicht ganz günstig, weil wir ja auch noch andere Verpflichtungen haben, außer am Telefon zu sitzen, dass Sie vielleicht vorher eine E-Mail schreiben. Ja, ich möchte mit Ihnen ganz gern mal über dieses oder jenes Thema reden. Dann machen wir einen Telefontermin aus. Das ist kein Problem. Sie können sich auch, wenn Sie Lust haben, in Aschaffenburg beraten lassen. Da gibt es die Frau Hummelsberger. Da können Sie auch eine E-Mail schreiben. Ja, aber in der Regel kommt das dann sowieso zu uns. Also können Sie auch gleich zu uns schreiben. Wichtig ist der Kontakt zur ZFH. Also wenn Sie Stipendienberatung haben wollen, allgemeine Studienberatung haben wollen, Bildungsurlaub, ob das möglich ist, hier Bildungsurlaub zu machen, das hängt vom Bundesland ab, in dem Sie beschäftigt sind. Da kann man auch die ZFH anrufen. Die machen auch Studienberatung. Und dort müssen Sie sich ja auch einschreiben. Die ZFH ist natürlich auch Bewerbung. Ja, da kommen wir ja noch gleich dazu. Also die ZFH ist für uns das Bewerbungsportal. Und da müssen Sie sich über die ZFH bewerben. www.zfh.de Und dann kommen Sie auf die Webseite von der ZFH und da können Sie sich bewerben. Geht elektronisch, Online-Bewerbungsverfahren. Ja, das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Und ich stehe gerne für Ihre Fragen zur Verfügung. Ja, das war es jetzt erstmal von der ZFH und da können Sie sich über die 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 ZFH. Ja, das war es jetzt erstmal von der ZFH.